Die Wetterbedingungen könnten besser kaum sein und damit herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Ihre Kommentatoren heißen Wolfhuss und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Spannende Sache, Wolfh. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Das Spiel beginnt. Jetzt wird es gefährlich. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Wir sehen die kurze Variante. Milo Rashica. Icardi. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Berg. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ball kommt rein. Schön gehalten. Icardi. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Der Ball läuft richtig gut. Schönes Zuspiel hier. Oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. 1-1. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Mertens am Ball. Gutes Technik. Platz zum Kontern. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Icardi. Dresden Mertens am Ball. Mauro Icardi. Chance zur Führung. Gehalten. Stark gemacht. Jetzt der Eckball. Aus nächster Nähe scheitert er. Aber das Lob gilt natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Sie nehmen die kurze Variante. Melod Rashica. Toller Zweikampf. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jetzt ist er durch. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Sechio Oliveira. Ja, energischer Vorstoß. Mertens. Sechio Oliveira. Ansa Aluminium. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Super dieses Zuspiel. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Abpfiff. Das war die erste Hälfte. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Die lassen den Ball da jetzt gut laufen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Und da kann er klären. Milo Drasica. Ikade jetzt. Lukas Torreira. Könnte die Führung werden. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Abwehr kann aufatmen. Aus dieser Szene wird erstmal nichts. Jetzt könnte es gefährlich werden. Starkes Tackling hier. Ikade. Ah, das könnte was werden jetzt. Es könnte das Führungstor sein. Stark gemacht. Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. Aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1. Ikade. Ikade. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Mertens. Ikade. Dem muss er was machen. Ja, das hat nicht lange gedauert. Und dann geben sie die perfekte Antwort. Machen den Ausgleich. Es ist ein enges Spiel. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Die Mitspieler kommen ihnen zu Hilfe. Jetzt die Chance. Und das nächste Tor. Sie setzen nach. Sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. War das die Entscheidung, Burschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Er schießt. Das ist der Ausgleich. Ganz stark. Bis zum Schluss immer dran. Und jetzt belohnen sie sich. Und sie kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3 zu 3. Acht Minuten jetzt noch. Dries Mertens. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Oh, er hat den Ball. Aber viel Platz hat er da nicht. Oh, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Mertens. Die Schiedsrichterin pfeift dieses Spiel ab. Nach 90 Minuten steht es hier unentschieden. 十 innocents. StGB- Windradus. passing. Und zweit. Schiedsrichterin pfeift.